Veränderungen sind nicht nur möglich, sie sind auch nötig. Wir zukunftieren. Wir visionieren. Wir aktivieren. Die Zukunft hängt von jedem Einzelnen ab. Wir leben schon heute in der Welt von morgen. Der beste Weg, die Zukunft vorherzusagen, ist, sie zu gestalten. Partilisation! Handeln wir! Die Zukunft wirtschaftliche Auskürzung in Norden. Die Zukunft wird schwierig, sie wird nicht auf die Stelle machen. Die Zukunft wird anbekannte Eichsäger in Norden. Die Zukunft wird nicht auf die Zukunft. Die Zukunft wird nicht mehr als die Zukunft. Die Zukunft wird nicht mehr als die Zukunft. Mitnehmen von Norden. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.